Hallo Leute, wie gehts? Scheiße Bahes Scheiße Bahes und wir spielen heute auf Roblox Soll ich heute spielen? Ich hab's hier drauf gedrückt Ich hab's hier drauf gedrückt Ich bin neuer YouTuber Ok, wir starten Was soll ich spielen? Hm, was soll ich spielen? Man könnte mich als Freund machen Ich heiße Monkey D. Luffy Ich könnte mich als Freund machen Ich spiele immer mit euch Weil ich bin immer so drauf Nein Lass mal mit Evade anfangen Kann einer von euch noch zwei Ähm, einer von euch noch zwei von den Los gehts Ich geh kurz in ein anderes Zimmer So Okay Boah, es liegt so hart Mann, komm Grenn Ok, jetzt Was gehts? Ich bin gut in die Welt, Leute Ich bin gut Da Oha Was ist das? Oh, wieder so eine Welt Ich hasse nie Jumini Jumini Monster Monster Hä? Da waren keine Monster Leute Ok, ich kann Englisch Und Deutsch Ok, los gehts Ey Jumini Ah ne Jumini 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 Oh Hoh Jumini Oh, wo kommt der? Der ist doch gerade... Warum ist der hier gespawnt gerade? Als ob der gerade noch nicht gespawnt ist, Leute. Was ist das? Eigentlich sollen doch die Monster hier spawnen. Oh, Mann. Ich schaue uns immer, Leute. Aber wenn ihr ein Spiel aufsucht, schaue ich euch auch. Scheiße. Okay. Okay. So. 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 Hä? Warum hat man die Wotze? Ich möchte nie bleiben. Nie bleiben. Hä? Guck mal, wo nicht durch geht? Ey kacke. Geht euch zuschauen? Okay. Hm, Mann. Hätte ich jetzt noch Robux gerade? Weil, Leute. Ich hatte einmal einen anderen Account, aber, der wurde leider gehackt von irgendjemanden. Da heißt ich Naruto-Uro12343- Weil, da wurde leider gehackt. Wenn irgendwo ein Hacker, da habe ich meinen Account von der Kaisera rein, Ich habe den Robux geschrieben, den Robux-Gesteller, aber der wollte... Er hat quasi nur geschrieben, dass er ein Hacker war, deswegen habe ich jetzt nie den Blogs unter sich verschwunden, aber jetzt heißt es nicht für die Moki, den auch so, weil ich meinen Namen sende. Die Level 9, die sind natürlich. Moki, ich habe gewohnt, dass er in den Blogs auch spiele ich jetzt hier wieder. Hier wieder. 3 Sekunden noch. 3 Sekunden noch. 3 Sekunden noch. 4 Sekunden noch. 4 Sekunden noch. Okay, los geht's. Jetzt geht's. Dann müsste dann zweimal sterben. Ah, das ist IKEA. Ikea ist immer eine gute Welt. Ja, ja, die heißt Rät und Rät. Eigentlich alle Wörter. Ja, jeder nimmt Ikea. Ikea ist einfach eine beste Welt. Das ist eine gute Welt. Äh, ich denke, okay. Also, der wird einfach halt richtig. Gut. Wetten, Leute. Ich werde nicht sterben, okay? Das. Okay, okay, okay. Wo ist das? Da. Äh, Next Spot, meine ich. Meine ich. Ich weiß, was da ist, irgendwo da irgendwo. Äh, ich weiß. Oh, ich weiß, was da ist, was da ist. Äh, das ist das auch krass. Krass, ich weiß, was daああ Employungen zu übernehmen. Okay. Okay, okay, okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020